Sonnenschein der Mischte so dann sagt der Kultus ganz so passt er hat ein kleines Rauschen das ist sehr gut was ist bei dir oder soll ich hier mal kurz an machen und gucken ob es geht auch mal bei dir ich weiß nicht, wie können sie jetzt direkt nehmen in den Wochenbestätten und so was ja, das ist gar nötig und? wir mussten auch mal was sagen ja, das wäre vielleicht ganz klug glaube ich nicht ganz so schlecht vor dir ist den Gamesaut hat einfach nicht aber ich höre es ein bisschen das war ein relativ leiser der ist an der Stelle vorbei recht leise ok, soll ich noch eins lauter machen den Gamesaut? nee sonst kommt halt doch an wie es im Level ist ja stimmt, das ist sehr mal ein bisschen lauter ja dann lass ich so ich weiß es meistens recht leise ja ok, dann lass ich so ja, dann lass ich mal start einfach mal dann eigentlich schon mal die SNES anschließen ja, will ich ja noch machen das Openings nochmal ein Bild von Mario was? Moment da mein achso, ja achso, das soll ja wahrscheinlich genau der Timer sein Ah, genau. Da war was. Ich hab ein falsches Fenster geöffnet. So, jetzt müsste es passen. Hat wirklich ihr auf Franzisisch gestört? Ja. Wir haben hier wieder aktiv. So, jetzt muss ich hier nochmal wegen irgendeinem Ton gucken. Irgendwie hab ich grad voll keinen Bock auf die Mischung. Ja, schluss in den Augenstein. 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 Ja, so Blablablaardson. Ja, so Blablablaardson. Wir revelier just ganz denke ich. Hm. Ja, ganz einfach verfeinert. Ganz langsamcuckene und alles. das er 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 hat da wir so, dass Ava den Neutral gemacht hat, ne? Also gut, Fake Hunter 1, schade. Ja, gutes Wein. Oh, oh, oh! Ne, ich sollte nur sagen. Ja, ja. So, ich bin, glaube ich, noch nie in dem Segen Level-Face. Ja, okay. Ja. Machen wir nicht. Pall oder NDSC? Äh, okay, wann hast du? Pall oder NDSC? Was? Sehr geil. Sag ihm einfach, wo du's runtergeladen hast. Dann warten sie's einfach von der Segen-Fälle runter. Äh, ich hab einfach nur Ninja-Guiden eine ES-Forum runter, äh, den ich gegoogelt und in den ersten Link genommen. Ich hab nicht gemerkt, wie die Seite heißt. Du hast geguckt, ja? Irgendwunsteck, glaube ich, ne? Ne, warte, es war U, also es ist NDSC. Ich wollte, dass es in dem Level gerade fällt, ey. U, also es ist in dem Level, sie hat schon komplett eingesteckt. Dann legst du nicht abräumt, wie wir es in dem Level eran-guetend haben, oder? Ich gucke mir, was dann? Hhhmm. Ich muss nochmal gucken. Schöne an die Serien toe, wie das reicht! Nee, warte, ich mach' ich auf! Da ist nicht zu groß. Ich bin mir nicht zu groß. Da ist nicht groß. Guck mal, ich kriegst den Check-Difizig's genauso. Nein, da-das ist nicht zu groß. Nein, das ist nicht zu groß. Na, da ist nicht zu groß... Guck mal, ich kann nicht zu groß. Gibt es eigentlich irgendein Spiel, wo er gar nicht gefällt hat? Mir? Mir nicht steppig. Echt? Mh, das haben wir sonst noch gespielt. Bei der gefällt schon der nicht, bei der glaube ich auf 2-3 oder so. Das ist ja hoch, ne? Ja, schon auf 2-3. Also, das habe ich 2-0 für uns. Ui. Ja, für Nuss. Ne, einer. Einer wurde so eingesetzt, ne? Einer wurde so eingesetzt. Einer wurde so eingesetzt. Einer wurde so eingesetzt. Einer wurde so eingesetzt. Ich meine, der fährt kann aber einer oder so ein oder so ein oder so. Bei welchem Spiel? Wer war der denn? Ne, drei war der nicht mehr. Bei welchem Spiel? Achso. Ja, wir sind einfach mal, ich schreibe, aber auch wieder. Das Spiel habe ich gepownt, ne? Ja, wir sind einfach mal, ich schreibe, aber auch wieder. Ja, wir sind einfach mal, es sind alle aufgeschrieben, wenigstens gebraucht hier. Also, um mal den mal aufzunehmen. Ich bin eh grad. Also, die alten, kennen Sie die Fels nochmal? Also, ich hab' ich auch nicht wirklich gesehen. Also, ich weiß eins in der Bur, wo ich da, wo der jetzt in der Zeit kam. Von dem. Genau das, wo am Ende die Zeit ablehnt und da kam. Kann man dem auch machen. Das stimmt. Richtig. Dann. Und die hat nicht auch ne Fee eingesetzt? Bei demselben? Also, da war da nichts mehr. Dann hatte ich eine Fee. Eingesetzt. Achso, ich hab' den Counter, glaub' ich, gar nicht gestartet. Eine Fee im Himmelstempel. Guck mal im Chat, der schreibt gerade was dazu. Ja, bei den Nimmelskern, das ist das eine Mal. Dann, im Himmelstempel, bin ich einmal gestorben. Das ist halt so um das zweite Mal. Dann bei den Nimmelskern, glaub' ich, auch ne Fee einmal. Das wär's dritte Mal. Das vierte Mal, weiß ich nicht. Die Fee? Na, das wüsste ich jetzt nicht, was das war. Sonst hab' ich auch nur Milch benutzt. Das ist so um den Timer, man kann ihn nicht erkennen. Man kann nicht in dem Vollbild erkennen, den Timer. Ich kann den Timer nicht erkennen, den er spielt zu klein. Ja. Minimal. Ich mach' ihn eben größer. Guck mal. Man sieht hier doch auch... Der Vollbild ist so groß. Ich mach' mal Vollbild. Ein Vollbild hab' ich auch noch so groß. Geil. Auf jeden Fall. Seid's besser. Jetzt. Moment. Das ist mein Kommentar dazu. Das war einfach so groß, wie es geht. Moment. Funktioniert das? Nein. Schade. Mach' dir da? Ja. Das ist ja sehr schwer. Lass' dich gleich mal weg. Jo, ich glaub' auch. Weil wir den Zeit gut machen. Echt? Ich hab' nichts mehr gezogen, ne? Hm. Ja. Ja. Wir hatten von... Wir hatten eine Stunde eingeplant. Wir hatten eine Stunde eingeplant. Da hast du, glaub' ich, 20 Minuten gezogen, aber da haben wir eine halbe Stunde vorher bei... Dann waren wir ja schon bei Adventure Reforce. Okay, gut. Das war eben. Ich hab' den Timer sowieso gefällt, also und er ist nicht schlimm. Ich hab' den Timer sowieso gefällt, also und er ist nicht schlimm. Ich hab' den ausgelegt. Ja. Ach so. Schoß' der Timer gut, ne? Cool Raum, der muss doch mit sich heute NPSC sein. L-Turbo. Ähm, mehr steht da ja nicht. Können wir nicht so gar nicht gucken, weil das was... ...lä gestern war. Der Pokémon, ne? Ää... Nylia... Der ist ja auch. Der ist mit dem Blackback aus, wenn er den jetzt da gestern beworben hat, oder? Ja. Mhm. Ähm, Ninja Reiden... Uh! Ja, das ist richtig. Und dann noch, ja, das muss doch sein. Dat-Jub! Da schon extra U steht. Da musstest du aber wirklich wissen, ob du wirklich U hast. Weil wenn du dann wirklich... Ich hab U, ja. ...Ihr hast, so, dann hat er plötzlich einen Vorteil. Nee, nee, ich hab U. Na gut. Hast du sowieso. Ja, das ist wohl wahr. Nee, doch stimmt. Wer hat so ein Spiel gespielt gehabt? Äh, was, was? So ein Spiel nochmal geübt? Ja, hab ich. Aber nicht viel, nur eine Frage. Halt auch. Jaaaa. Aber ich werde trotzdem hart fehlen, du weißt. Aber ich lass mal irgendwie eine Spannung, und es die mir schon noch auszulassen. Und wie sieht sie da so auszulassen? Mike schreibt was Interlace drin, aber ich seh davon nichts. Doch, man sieht's ein bisschen böse. So, dann mach's beim nächsten Stern aus. Ja, das mach mal groß. Ja. Ja. Aber nicht so krass. Nicht so krass. Nicht so krass, aber man sieht. Gestern ist es mehr aufgeschaltet. Gestern war's richtig krass. Okay, da werde ich's gleich ausschalten. Erstblick im Fenstermodus nicht aufgeschaltet. Ja, gut. Aber ist drin. Ups. Jetzt hab ich auszusehen die Dings, die Sternmedaille geholt. Das ist überhaupt draußen. Die Dings wird wieder auszulassen. Und wo war das nochmal? Ähm. Ja, nein, das ist ja nicht mehr. Ich weiß auch noch mal besuchen. Ich weiß auch noch, ich will nicht mehr. Schah ad. Ich hab' noch gar nicht mehr. Ich hab' noch gar nicht mehr. Ich hab' noch gar nicht mehr. Schah ad. Funktioniert nicht, oder? Hier ist eigentlich irgendwo, ja. Warte. Ja genau. Süfte... Nee. Schade reicht nicht. Okay. Du musst das nochmal machen. Hm? Das ist... Das ist halt... Ich frage, das ist nur wenn du die TV-Karte direkt reinmachen würdest. Das kann sein. Dann musst du in den Programme das Internet einstellen. Okay, das war Fake-Counter 2. Zwei dann? Ja. Seh hier, kaum steh ich das spür französisch failig. Hey du. Das ist wirklich so. Schade. Deswegen haben wir auch wieder auf der Fall. Ja. Klar, normal, ne? Alles am französischen. Jetzt weiß ich auch warum Franzosen so schlecht spielen. Okay. Ähm das spielte auch über Imulator. Das spielte auch ein Simulator, ne? Ja, das. Da spielte auch ein Simulator, ne? Dann lass ich das auch gleich mal runter. Aber da leider ist es einfach eine deutsche Raum, wo du ne? Ja, das ist GDA, oder? Ja. Das ist egal. Äh. Schnelligkeit ist sowieso, egal. Ich bin schon vorgegeben. Da bist du denn, wir sind schon da. Alter Schwede. Wieso bin ich denn jetzt so blöd, um den Party zu machen? Jetzt was fragst du, Führer? Ja, was machst du da? Ja. Alter Schwede. Was mach ich denn da? Was mach ich denn da? Failen. So. Ja. Komm so schwer ist das nicht. Ne. Alter Schwede. Ich bin neben den Sternen gesprungen, ernsthaft. Ey. Da. Fails. Ja. Ich darf doch mal mit dem Yoshi-Sprung in die hoch. Nein. Geht nicht nur, wenn du den... Wenn du den... Wenn du den viermal oder so den Infinite Flutter Glitch machst. Oder drei Sprungen oder so. Kann man nicht mit Yoshi sogar drei Sprungen machen? Nein. Du kannst nur diesen Rückwärtssprung machen, aber das reicht nicht. Ja. Ja. Ich hab irgendwas immer hochkommen wollen. Ich hab irgendwas immer hochkommen wollen. Ich hab's gesagt, mit dem Infinite Flutter Jump würde man hochkommen. Aber ich hab jetzt keinen Bock. Also ich hab's versucht, aber... Bis ich das Timing hinkriegt, dass ich so hochkomme. Ich hab schon den Elfen stehen. Mein. Ja. Und zwei Fails. Zwei unnötige Fails. Duck Fails. Ja. Wir haben noch 20 Minuten dabei eingeplant. Für wie viele Sterne noch? Vier. Vier. Später. Später. Später, ne? Ich denke schon. Vier Sterne. Vier Sterne als fünf Minuten. Es geht. Wenn ich jetzt keine Kacke baue. Schreibt wieder einen Kommentar dazu. Wieso? Wenn sie es auf ankommt, Fails haben. Ja, wahrscheinlich. Ey, das ist total behindert, ey. Ich hätte das locker ohne Fails. Ja. Ja. Super. So, ich muss ja grad noch machen. Eh, umurtelekt. Basskühler in L.D., Fails der L.D. Ja, los. Gott, wo du das mal her bist, wer das denn der L.D. Ausnahe steht. Ach so, stimmt das. Mal dann meinen nächsten Stern, erinnert mich dann dran. Und ich habe mir gespann, dass der Änderungen ist. Ja, einfach mal Auto. Nicht mit dem Stern. es gibt eine Pause, Taste. Was, echt? Die Home-Taste und die Pause-Taste. Aber nur die Home-Taste ist legitim. Ja, gut, ich nehme mal aber auch mal die Interlässe drin. Okay, ich nehme mal Standards. Mach's mal rein, wie immer. Mach's mal außen rein, wie immer. Muss man schon mal machen. Das heißt, da leckert man sich spielen. So, okay. So. Ach so. Falla. Wenn man, wenn man auch schon dreist. Oder, wenn man später halt mal, oder? Er kann sogar die von Behandlung, was soll man tun? Er kann sogar die von Behandlung, was soll man tun? Er kann mal schnell machen, du. Früh geholt. Dann mal einmal noch. Ja, treu mich mehr. Du, yes. Du, yes. Du bist ja nicht angeschlafen. Du bist ja irgendwie auch schnell. Ja, fast. So, ja, noch ein HB. So weit, dann halt irgendwie rein. Ne, guck mal, kann sie kommen. Mann, ich bin zu dumm um diesen... Ja, du bist zu dumm. So, jetzt aber. Danke. Wieso trifft er denn schon da nicht? Okay, diese Viecher nerven. Pack der Hund drauf, dann mach ich so. Ich habe sich befinden. Uh, auf dem anderen Weg zur ... Was? Ich habe mich gerade aus dem Sprung weg geschehen. Ich hab's gesehen. Cool. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich lass mich grade ordentlich von den Trollen. Ja. Steine muss auch noch besiegen, ne? Muss die Steine ja noch besiegen? Ja, okay. Was muss ich noch? Ich hab's gesehen, wenn sie irgendwo die Steine noch stattfinden. Oh, der Ball. So. Ja, ich war da wieder ab. Der Boss ist nerven. W- Und ich hab's gesehen. Das heißt... Ich muss jetzt doch mal ein Dreck reinmachen. Das ist doch vorschal. Ja, ok mach mal. Alles schlecht, oder? Okay, gut. Das machen wir. Aber später, oder? Jetzt fängt er, glaube ich, an zu springen. Das ist der ganze Zeit so, wenn du anders bist. So, jetzt müsste er... Oder? Fängt er an zu springen? Ich bin jetzt an zu springen. Ja, tut er alles schlecht. Nein! Huh! Wo war das kein Treffer? Das war aber mal voll ein Treffer. Äh, besser ne. Bis dein Gegner war, ich bin starre. So. Aber ganz knapp, aber eindeutig nicht gegen das Weiche. Auf gegen mich zu sein, Reap. Hä? Auf gegen mich zu sein. Das ist so, ich hab's doch gesehen. Und Nummer wo? Drei. Der braucht vier, glaube ich. Oh, 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 oh. Das, was gilt. Das, was gilt. Das, was gilt. Ah, dieser Boss zieht sich so hoch. Hm. 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 Okay, nein, braucht er nicht. Oh, und dann noch drei? Ja. Das ist jetzt noch viel. Trotzdem zieht sich der Bus. Ja. Okay, gut. Ist das Interlates jetzt weg? Ja. Boah, wie viel da steht, wenn man den Stern einsammelt. Ja. So, da geht's probieren, etwa. Ja, ich hab's schon ja einfach nur wie ganz oft da. Oh, es hat jetzt fast fünf Minuten gedauert, ne? Hm. Woher kommen wir das Bild an der Seite? Ist jetzt? Mal das das reinpusten? Hm? Mal das das Essen mal reinpusten? Ich glaub nicht. Das hilft ja mal echt. Das ist halt nicht gut. Pusten hilft immer. Wo ist eigentlich Chaos? Richtig. Der sitzt da. Okay. Okay. Boah, da fällt's. Andere Spiel? Komm her. Ja. Andere Spiel? Ja. Ja. Mal sehen, wenn ich mich hier konzentriert, dürfte ich das eigentlich ohne Fälle schaffen. Mal sehen, wenn ich mich hier konzentriert, dürfte ich das eigentlich ohne Fälle schaffen. Wie viel habe ich jetzt noch mal zwei, ne? Wie viel habe ich jetzt noch mal zwei, ne? Okay. Muss ich eben noch diese Seite, ne? Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Es geht ja so komisch weg, wenn du so... Tutorial hier nervt ein bisschen immer, wenn du es nicht überspringen kannst. Okay, geht schon. Okay, geht schon. Ja! Hier hinten die Stecker auf dem... Okay. Ja, dein Name. So. So sind die Katzlings wenigstens unterhaltsam. Auf... Oh, mach das gut. Wo? Wo? Oh, das soll er machen. Aaaah. Ja. Okay. Jetzt geht's auch. Haben wir Wobe denn jetzt? Ja. Ich hab' den Kontrast vielleicht. Sag's kein Spiel ist dann. Also kein Gameballspiel. Jetzt geht's wieder gar nicht. Ich hab' den Überstreifen. So. Fuck. Also mit der GV-Karte in Kombination mit der SNN schon mal nützt. Das hat ja eben funktioniert. Also die gar nicht mehr dafür. Nein, ne, ich dachte wegen dem Streifen, dass sie den... ... mit der SNN schon mal nützt. So hoch. Okay. Okay. Wie ist das? Fassel-Kompassel sozusagen, oder was gegenlegen oder so? Was? Kann ich spielen? Ja, eben hat er ja das gar nicht gezeigt. Spiel. Oh, es sind sogar schon Farben am Ende gestellt. Wie sieht die denn aus? Wie sieht die denn aus? Wie sieht die denn aus? Äh, die Kette. Na, grün. Nichts ging grün. Man schafft das nur eine Minute. Ah, gut, eine Minute, vier passt. Wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute. Ach so, da fangen die Tausendungen anstellen. Oh, weil ich einfach voll Zeit nehmen. Bis wann war geplant? Bis 20, oder? Wie ist die Scheiß? Äh, weiß nicht. Äh, bis... Ja, 17.20. Noch 10.20. Ähm... Alles. Zwei Sterne, okay. Zwei Sterne, okay. Das wird relativ knapp, glaube ich. Nur mach mal. Dann sieht gar kein Spaß wahrscheinlich, oder so. Ja, und was ist das mit der Wind? Wow. Ja, so machen wir das. Nein. Nein. Ich bin mal im... Nein. Sondern bei den Schildern des Strafverbanden. Der Briefkopf. Der Briefkopf. So. Moana Kres. ist hier hat sich die Schüttel-Club-Galaxie sehen ich will auch sehen der Nummer 15 Schüttel-Club-Galaxie ich will so Zeit schaffen mir gar nicht mehr so ein bisschen überziehen und das ist so machen und das wäre so schwer so ich kann sie schon 5 Schüttel-Club-Galaxie ich will die ich habe so schwer wenn man ein supermarger der Laksie und ich muss ich muss die Laksie Kanzler, Spanners Ja, schon, aber ich finde die Kamera ist beschissen am Schwimmen. Aber das sind wir nicht. Ich glaube, man müsste vorher was machen. Was ist das Erste, oder? Gar nicht. Jeden? Ich frage mich, ob ich überhaupt genug Dings... Ah, die haben sie ja doch schon vorgegeben. ... ob ich genug Sternteile für die Shuttle Club zusammen habe. Warum denn so viel? Wie viel hast du denn ungefähr? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal auf Seite 1. Gucken wir gleich, Wolf. Null. Ich würde gehen. Nämlich überschrassen weißt du nicht. Was war falsch? Ja, ich bin doch dran. Wo ist was? Aber es ist einfach so. Ja, klar. Nein. Ja, super. Boah, die Datschwimm-Steuerung. Was lässt du nicht so angehen, ne? Gar stimmt, genau. Yuppii, le erster gele, inkle, le, ita. Mal, ob ich jetzt jedes Mal rumschrei. Guck mal. Ah, Mardo vom Türen. Ich muss schon ganz alt sein. Ich muss mal ganz alt sein. Nein. Ich muss jetzt ein Geschenkchen. Ich weiß nicht. Jetzt kann ich auch das Bild machen können. Jetzt kann ich auch wieder gut bleiben. Was? Was? Türen lang. Das ist voll nervig. Warum? Muss ab, äh, irgendwas. Boah. Der Stern ging, glaub ich, relativ fast. Kannst du das löschen, ne? Das musst du komplett machen. Das wollen wir dann machen. Machen wir jetzt den Fliegelrand an. Ich weiß noch mal. Das gibt's dort nicht. 400 Stern-Handeln, die müssten noch reichen für den ersten Gemüller. Ja. Na, sehr. Hm. Hallo. Danke. Das ist der zweite, den du gerade genommen hast. Ich hab die ganze, äh, ich wollte die ganze auf die Weltkarte drücken. Okay. Vor allem, ich hab auch auf die Weltkarte gedrückt. Ja, ich hab's schon auch gesehen. Ja. Wie dann wir fahren, finde ich dann das gelöst. Hey, Toma Captain. Tut dies blablub. Fine. Jees, to transform. Wie viel will er denn? Drive, herzulich doch! Nais. Wenn ich das aber meine. Oh nein. Geugs-Transformation! Hey, cool! Transformation! So! Ja. Ich glaub, ich hab keinen Spaß. Ich glaub, ich hab keinen Spaß! Komm, bekommst du mit Sicherheit gut und du bringest dein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Wie ist die französische Galaxie? Sau-Tron-John-Tan per-li-o-x. Das ist kli-klack. Das ist kli-klack. Nein. Cool. Das war mal gemacht. Das ist ein Zeug. Ich hab mich eben gewundert, warum kein Ton da ist. Aber ich hab ja echt noch mal an, dann hab ich das jetzt gesteckt. Ich hab ja echt noch mal an, dann hab ich das jetzt gesteckt. Ich würd sagen, wir machen uns echt einfach hier. Und dann machen wir nur das Kleine. Wir sind hier am besten. Bis jetzt. Bis jetzt. So, der letzte Stern? Ja. Hier sind wir zuerst, dann ist sie mit springen. Okay. Kann man? Dann kann man rumschreiben. Und ich halte das so, dass ich hier mit renne und sie mit springe. Kannst du nicht mit B springen? Ja. Mhm. Wie ist das für ein Checkpoint? Oh, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Eier. Aber dann habe ich die shooken. Läuft. Ja. Dann kannst du aber... Ja. Dann kannst du jetzt nochmal... ausstellen. An sich. Ja. Ja. Das ist ein bisschen. Obwohl die Hintergründe werden, auch gespeichert. Das war eine Fatality, die sich gemacht hat, obwohl er auch gespeichert ist. Ähm... Aber guck mal, dass du nicht am Spiel herankommst, oder so. Dass das wirklich so vielleicht bleibt. So, Schüttelklappe ohne einen Fail. Hast du dein Name genommen? Nein, der hat alles ohne einen Fail geschehen. Echt? Ja. Was? Was? Ich bin fertig. Das glaub ich dir nicht, das musst du nochmal machen, da muss ich zugucken. Ja, zu. Ninja Gaiden. So. Hast du jetzt 15? Ja, ich hab jetzt 15. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Wer macht Ninja Gaiden? Ja. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Das ist das. Er macht einfach Land-Stream auf. Land-Stream auf. Und wir streamen von hier aus. Ja. Das ist der Besten mit der Kamera. Dann darfst du jetzt alles einstehen. Echt? Oh ne. Oh doch. Ja, lass mich hin. Ja. Ja, lass mich hin. Wer macht erstmal die Überschrift dann? Ich mach das. Denk dran, dass du Ninja Gaiden Super Mario Galaxy 2 hinschreiben musst. Echt? 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 Also, ich finde das lief gut. Das hätt ich eigentlich auch ohne Fails schaffen können. Aber gut. Streamen ist dann erstmal kurz aus. Also bis gleich.